Erst kürzlich haben Sarah Fina und Peter Töchterchen Hob auf der Welt begrüßen dürfen. Die ungeplante Schwangerschaft geschah auf natürlichem Wege und nicht wie bei den Zwillingen Emory und Casey dank künstlicher Befruchtung. Mit ihren drei Kindern statten Sarah Fina und Peter Frauenärztin Cornelia Andresen einen Überraschungsbesuch ab. Estefania darf in Radheim ihre erste eigene Wohnung beziehen. Die Einlegerwohnung im Erdgeschoss ist frei. Natürlich muss die sofort eingerichtet und renoviert werden. Peter und Flo sind für die groben Arbeiten wie Streichen und Teppichverlegen zuständig. Die beiden kommen gut voran, bis Sarah Fina ihren Peter an den bevorstehenden Frauenarzttermin erinnert. Sie wollen Frau Andresen mit der kleinen Hob besuchen, die kürzlich in der Türkei zur Welt kam. Die Babyüberraschung gelingt, Frauenärztin Andresen ist sichtlich gerührt, als sie Hob zum ersten Mal in den Armen hält. Das ist für mich immer noch eine totale Überraschung, gesteht die Frauenärztin. Anfangs hatte sie die befruchtete Eizelle nämlich für eine Zyste gehalten. Da eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege bei Sarah Fina bisher nie eingetreten war, war das Ereignis umso schöner für die werdenden Eltern. Ein echtes Geschenk. Weil die Narbe vom Kaiserschnitt noch ziemlich frisch ist, erinnert die Frauenärztin Sarah Fina und Peter an wichtige Maßnahmen. Es muss verhütet werden, denn es darf nichts passieren nach dem Kaiserschnitt ein Jahr. Sonst reißt uns die Narbe auf. Bei einer Routineuntersuchung kontrolliert Frau Andresen dann noch Sarah Finas Gebärmutter. Da müsst ihr euch aber was Gutes überlegen bei den Eizellen. Die lauern, Peter. Die warten, lächelt die Frauenärztin. Die werden wir nicht in Anspruch nehmen, ist sich Peter sicher. Ja, glücklicher könnten wir gerade einfach nicht sein, findet auch Sarah Fina. Ob hier das letzte Wort schon gesprochen ist? Abwarten.